Na gut, darf Moda von Beginn an spielen. Fällt gut auf, der junge Mann. Oh, schade. Oh, schade. Oder? Na, der ist zu schnell, Finn. Oh, schade. Oh, ja da. Ja, ein sehr flottes Spiel. Oh, Gott sei Dank. Ja, Mopé und Tau harmonieren anscheinend gut miteinander. Oh, ja. Oh, ja. Ah, das war zu viel. Ah, das war zu viel. Ah, das war zu viel. Ja, sehr hohes Tempo hier. Sehr hohes Tempo. 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 Puh, fast ein Batzer. Man bleibt trotzdem so. Sehr hohes Tempo. Sehr hohes Tempo. Okay. Okay. Sehr hohes Tempo. Oh, schön. Okay. 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 Das war ein bisschen spät, oder? Ja. Das war schön gemacht, das war sehr schön gemacht. Ja. 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 Oder? Ja. 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 Für was haben wir mit. Vielleicht restet das Steuerjahr noch rum. Ja. 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 Tau. So, der Ausgleich in der 80. Minute, schön gemacht. So, der Ausgleich in der 80. Minute, schön gemacht. Tau. Nein. Das hat man jetzt versemmelt. Oh mein Gott, Antone. Zum Führungstreffer. Hat sich hier gut durchgesetzt. Unglaublich. Jawohl. Brighton dreht hier die Partie. Wunderschöne Tore. Wunderschöne Entstehung. Aber zuerst einmal hier. Das 1 zu 0 für die Gastgeber. Tau. Mal wieder eine Klasse für sich. Hier gut durchgesetzt. Der Trainer hat einen Glücksgriff bewiesen mit diesem Mann hier. Schlussendlich dreht man hier die Partie gegen West Bromwich mit 1 zu 2. So, das war's meine Lieben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's das gut. Bis dann. Ciao und Baba. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.